Ein gebrauchter Opel Meriva steht hier zum Verkauf. Die blaue Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 42.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Panoramadach, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 120 PS an das 5-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017